Hier hinter mir wird noch tapfer gearbeitet. Es ist halb elf nachts, also schon spät und trotzdem, das ist nichts Untypisches in Japan, wird hier noch gebaut, wird gearbeitet, weil man dann eben tagsüber dann wieder seine Ruhe hat. Woran auch gebaut wird, das ist im Moment der Bullen- oder der Bärenmarkt. Wir wissen noch nicht so ganz genau, was dabei rauskommt. Aktuell, wenn man auf den heutigen Tag guckt, sieht es allerdings ganz klar nach einem Bärenmarkt aus, also Abwärtsbewegung in den Märkten und wir können davon ausgehen, dass das, was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben nach oben, jetzt mal eine etwas größere Pause zu sehen bekommt. Das wäre zumindest mal das typische Bild. Ob das tatsächlich so der Fall ist, das müssen wir natürlich abwarten, können wir aber früh einschätzen, nämlich durch mehrere Faktoren. Punkt eins ist, dass die Abwärtsbewegungen scharf sind. So, wenn wir auf den aktuellen Markt gucken, ganz klar, das ist eine scharfe Abwärtsbewegung, die wir da aktuell im Moment haben. Punkt eins, also schon mal erfüllt. Gegenbewegungen müssten sehr zögerlich sein. Wenn wir das uns angucken, das steht jetzt noch aus, aber ein bisschen deutete sich das ja schon an. Das haben wir beim DAX gesehen, wer da noch mal drauf guckt, wir hatten scharfe Abwärtsbewegung, einigermaßen wackelig nach oben, jetzt auf der kleineren Ebene scharf nach unten. Also das Bild zeichnet sich mehr und mehr ab. Für Amerika, insbesondere den Nasdaq beispielsweise, der ja sehr stark gelaufen war in der Vergangenheit und noch mal wieder neue Hochs, neue Hochs, immer wieder erreicht hat auf dem Zwischenweg. Nicht Allzeithochs, keine Sorge, so weit sind wir noch nicht. Da steht es noch aus. Aber wenn die Abwärtsbewegung jetzt konterkariert wird, durch eine wackelige Aufwärtsbewegung, das einfachste wackelige Bild ist eine ABC. Das etwas kompliziertere ist, hinher, hinher, irgendwie sowas in die Richtung. Dann, und das wäre dann die dritte Bedingung, wenn wir dann zwischentiefs nach unten durchstoßen, ich habe es oft am Chart gezeigt, deshalb heute muss es verbal reichen, dann wäre das ein Zeichen, um die Short-Seite hier noch mal zu spielen. Also man sieht, es ist immer, heute würde die Jugend sagen, eine Drei-Faktor-Zertifizierung oder wie heißt das, ich weiß es nicht, aber Authentifizierung, so hätte man sagen können. Auf jeden Fall, wir brauchen mehrere Faktoren, um das Ganze zu identifizieren, um dann auch zu sagen, jetzt gehen wir da rein. Es sieht ein bisschen immer aus, als ob wir einen neuen Versuch hier starten. Aus meiner Sicht also aktuell das bärische Bild, das Interessante. Noch ist es nicht 100% bestätigt, das werden wir dann durch die anderen, die ich gerade genannt habe, noch sehen. Wer nicht ganz so sicher ist, wie das dann charttechnisch aussieht, hier immer wieder folgen. Es gibt so viele Beispiele, die ich dazu bringe. Da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen Hinweis auch dazu. Also in diesem Sinne erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße von dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.